Blame in der zweiten Ode Warte, das lebt man Naja, nicht mehr lange Ilios Kill of the Hill Kill of the Hing Wir spielen heute echt oft King of the Hill Ne, warte King of the Hill Ja, das war bei mir auch heute HING OF THE KILL Leute, chill mal alle Jetzt beruhig dich mal alle, bitte Jetzt wird die ganze Zeit sehen, wie scheiße wir zusammen spielen Hey, wir spielen voll gut zusammen Du spielst bloß nicht gut bei den Rest von uns Guck mal, das kann ich schreiben Wie hast du das gemacht? Boah, scheiße Ich hab's faktisch ja hätte im Späten gelernt So many tanks? Maaaannn Warte, dann wechsle ich Junk Rage, ich bin mal Junk Rage Ehring Locken Alter Richtig gute Angriffswelt Das ist King of the Hill Da sind beide Angriffe Du kacki Ja, aber trotzdem überlebt der Dinge Du kacki Ein halber Nano-Pimmel-Sekunde Ehring Das heißt übrigens Insel Das heißt Durchschnitt Wir haben alle das Bild gesehen Nein, das ist das Zu Hölle ist das hier eigentlich Das ist das nordische Oh, durchgestrichen Mhm, das ist aus Gurgland oder so Schau dir an, wie ich eben die Braust-Charge Wir haben die Dan gefunden LOL, geil Das ist ja nice Das hat sich irgendwie ziemlich ironisch angehört, Stefan Nein, echt, das hat mich echt voll gewundert, das gerade LOL, das ist ja nice Fick dich Ich liebe es ja, wenn Leute sich genau dahin stellen, wo mein Tirret auch ist von meinen Teammates Dann wird mein Tirret gefurrt Ah, oh, oh, ah, oh, ah, da ist Ah, da wo ist, da ist Da wo ist, da ist Du kriegst gar nichts hinweist NICE Es sind viel zu reden jetzt Wir müssen auf den Punkt! Ja, wir sind auf den Punkt! Wir sind auf den Punkt! Oh, Mist, Mist, ich hab bisher noch... Oh, ich hab 83% Trefferquote, warte heik. Alter, ich... Guys, wieso bin ich allein auf den Punkt? Was ist los? Ich hab grad Rotak und Lucio getroffen, Alter! Wie kann ich ne 79%ige Trefferquote, aber ich hab noch nichts getroffen in dieser Runde? Vielleicht hast du das einmal geschossen. Nein, ich hab... Du hattest einmal geschossen in 79%! Okay, ich hab zweimal geschossen, keine Ahnung! Ich hasse Genji! Tötet mal immer Genji! Hanzo! Du meinst Johnny, das ist aber in unserem Team. Ach nee, das ist ja eine der Falle. Wir gehen mal auf den Punkt, ob du jetzt noch Genji vor den... Johnny! Ah, Repop! Oh, der fliegt runter, Alter! Mach den Pimmel mal weg von mir jetzt! W-Wieso war das nicht drauf? Das will mal einer erklären, irgendwann mal. Ich hab's gegen Okaypakt... Die Gangeskwindel hat der Sack gemacht! ...den Genji'skwindel hat der Sack im Tag... Die Gangeskwindel hat der Sack im Tag! Den Damaden mehr an! Oh, willst du eigentlich rollen? Ich nutze gleich meine Ult für den Typen. B-Wieso war das nicht? B-Wieso war das nicht los? Oh, du hattest dich bis nach, der ist das Nase! B-Wieso war das nicht los? Oh Böme, was machst du da eigentlich? Wir haben noch nicht 1% Klingst du die Luft, oder wie? Guys, wir müssen jetzt mal auf den Punkt gehen Ja komm, wir nutzen den auch so Oh fuck Wie kann der... Scheiß solider Beach Okay, ich hab Leeper getötet Achtung, direkt links Okay, stellt sich heraus, ich hab Leeper doch nicht getötet Alter Alter Alter, ich hab echt gerade so eine Prezifere an ungefähr 0% Oh no, Fire in the hole 43 Ich springe auch noch voll rein, Alter Ja, da hat Alex ihn schon umgebracht Ah, du bist halt um Hurenso Ja, man hat meinen Turm kaputt gemacht Ja, der Henso Ja, ich hab den gechased Ja, ich hab den gechased Den, 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 äh Ha! Ah! Ah! Oh, der Heilung ist da Ich kriege den Rotor runter, Leute Leute, Leute Ja, ist, na Der Genji sticht, der Genji ist ein richtiger Sticker Genji und Tanzo schießen nämlich beide an die Wege Genji kann nix machen Oh, da hab ich ein paar Shots gemacht Oh, fuck Rotor-Gulties an Ja, aber meine Rotor-Gulties auch an Ah! Wurde den Drachen reingewollert Ich muss genau passen Oh, Gott Ich hab den Rotor gleich runter Rotor gesagt, Punkt No, er ist, ah Ist zu fett, der fasst kaum mit die Tür durch Haha Ich bin ganz im Ernst, Alter Ist zu fett, der fasst, jetzt Nice Aber hier ist noch der Henso Und der Hook war jetzt gerade nicht so nötig Der Henso hat mich eben getroffen hat Wo ist der? Wie kann ich am Zweifel? Ja, einer Ich hab übrigens Ult Ja, das ist Genji Ah, fuck it Nice Oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut Erik, wann hast du ein Ult? Ja, der Reaver aus dem Haus Achtung, ein Reaver kommt da Aber mit der Ult können wir ja nicht aushalten Wie bist du gerade gestorben, Alex? Achso Loll Da lag Da lag der nicht Rache 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 oder Wölfe Was hab ich gesagt? Oh 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 Job auch Ah Boah Scheiße Genji hat mich Genji hat mich Genji hat mich Okay, die Ult war ein bisschen unnötig Stefan klaus mir der Ja, der wär fast weggekommen Egal, wir haben's gewonnen, denk ich Ja, denk ich auch Dann gleich auch wieder da, wenn ich das nochmal 75% Hakentrefferquote, man Dabei war ich so scheiße Das ist eigentlich schon wieder für ein Matchmaking Ich würd sagen, wir gründen jetzt ein E-Sport-Team, oder? Ja, auf jeden Fall Sehr gut gespielt, Alex Sehr gut Wie kommen wir, wieso kommen wir mit dem 16er zusammen? Und mit dem 25er in unserem Team? Ja, weil ich 25 bin Ja, schick da Das ist mein MMR 15% Weapon Accuracy Boah, da hab ich mir aber echt Mühe gemacht Hehehe Okay, ja, wir müssen tryhutten hier Das ist übrigens unser Schlachtangriff hier Und? Schlachtangriff? 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 Was? Der Geji ist wieder links Und beschwert sich darüber, dass man nur Q drückt Oh, 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 oh Oh, man Oh, der hat ne Widow, wa? Hab ich noch nichts von... Alter, Vater, hab ich den gerade weggefickt Oh, Farah auf dem App, so nervig und shit Ich hatte Farah und Werdomeck, dann hab ich das schon mal gesagt Du musst in die Mitte kommen, Erik, damit du Heidermut fachst Nö, ich muss gar nicht Hey, damit du Heidermut fachst Ja, okay, jetzt geht's auch noch halb Ich hasse Widow Oh, Rhoatog von rechts, Rhoatog von rechts Der ist da in dem... In dem Unterjahr, ja, aber der Unterfügung Reaper ist ziemlich badly damaged Johnny, kenn mal die Werdomeck, also wenn sie jetzt... Ich hab Ulds weggegangen Also wenn sie jetzt... Neeeeeein Ah, jetzt hat's nicht gesunken Rhoatog ist fast tot, Rhoatog ist fast tot Ja, warte Ja, der war arm live, du Banane Der hat sich das geheilt, ich glaube Von hinten Genji Da ist einer auf dem Dach und der geht mich jetzt gleich Der Hessliger Ja, ich kann vorne nicht wegnehmen Ich komm Erik Komm, hol den mal hier zu mir Oh Gott, mein Hook war absolut scheiße Und du meckerst auf der Saal rauf Okay, dies Erik, komm, du hast mir gar nicht zugeguckt Ich denke Reaper wird gleich Ult haben Ja, oder so Du hast du und Alex Hast du und Alex? Nein Du bist schon Neues, glaub ich Ja, ist ja gut Du bist schon Neues Wir lassen stacken einfach Lass stacken Ja, ja Ich rein geh jetzt Reaper und Genji Okay, lohn sich noch nicht jetzt zu wechseln Ja, mach Winston Ich hab gleich Ulti Oh fuck, Winston kaut ab nichts in mich Reaper war da, ja Gegen Winston kann ich nix machen, ne? Ja, Alex, kill ihn jetzt Ja, sehr gut Ich hab Ulti, also wir können aufrennen eigentlich Ich hab auch Ulti Ich hab auch fast Ulti Ja, ich hab Ulti Ich hab auch Ulti, Guys Fast Ulti? Ich hab Ulti Ich hab keine Ulti, aber Es passt schon Jetzt kein Schild, mich Ulti jetzt einfach gleich Jetzt hab ich Ulti Rechts hier nimmt Geist noch einer drinnen Was? Ich hab jetzt Ult Ich hab jetzt Ult Ja Oh verdammt Humback machen wollen Ulti Oh komm zurück Alex Bro Nooo Irgendein Genji wollte uns von hinten an Ja, der ist tot Ja, ja Wie gesagt Ja, der, mein Turret hat der Du ganz alleine wolltest du jetzt noch mal den holen, ne? Alright, mach still Habt er Achtung Reaper Rechts oben Boah Da wollte ich predikten, wo er lang geht Äh, Roadjog von rechts Runtergesprungen Ja, Mann Nice Yeah, Mann Da hab ich ihn gemacht, Alter Yeah, Mann Irgendjemand runtergekickt oder so Ulti wahrscheinlich, oder? Ich hab ihn gekillt und dann einen runtergekickt So richtig limmerlich, ey Alter Oh, 98 Image hast du gerade gemacht Todisch gut Nee, das war schon lange her, das sind wir mit Low gemacht What a play, Alter Zwei Aber 35% dafür kriegt er schon Oh, ohne Scheiße Oh, ohne Scheiße Dieses Runterkicken wird so hart hoch gewertet Das ist richtig heftig, oder? Ziemlich, weil ich hab zwei Kills gehangen Und einen davon war runtergekriegt Ich die A halt auch schon, rechts click Ich finde das Runterkicken ist mit Pharah Weil es ist jetzt einfach viel schwerer, ne? Ist das jetzt mit der E oder mit normalen Auto-Attack? Nehm ich Pharah E Ich finde irgendwie Pharah E voll bescheuert Pharah E ist irgendwie richtig hart Es ist wirklich so Du schießt so Warum solltest du dann eine Grenade werfen Die deine Gegner auseinander schmeißt? Du willst die stacken Damit du Flächendamage machst Kann man sich damit selbst hochkatapultieren? Ja, kann man